So, wir müssen wieder Risiko machen. Wir brauchen was Gutes auf der Hand. Wir brauchen was Gutes auf der Hand. So, guck dir das an. Was ist das für ein Schwutz? Aber wir haben Nidoqueen. Wir haben Nidoqueen. So, jetzt drehen wir den Spieß hier um. Jetzt können wir den Spieß nämlich nochmal rumdrehen. Weil jetzt können wir uns ja hier immer ein Pokémon holen. Jetzt drehen wir den Spieß noch einmal um. Oh, Junge. Junge, Junge, Junge. Wie Mickey Maus sagen würde. Junge, Junge, guck dir das an. Da ist ein Club an da. Mensch, Bonita. Du musst jetzt was einsetzen hier. So, Mickey Maus auch da. Mickey Maus auch da. Junge, ohne Kaugummi im Haus würde ich nicht aushalten. Warum? Spacepalm ist ja die richtigen Fragen. Warum? Warum, Crazy? Warum nicht, Crazy? Was ist denn los? Die Minnie, die hält es auch aus ohne Kaugummi. Die hält das auch aus. Warum du nicht? Junge, Mike, hör auf, wie Mickey mal zu reden. Ich bekomme vielleicht gleich sehr frühe Zeiten. Junge, 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 Space Minor. Das war Zeit gewesen, Mensch. Du, Minnie, Pluto, der Goofy. Wir haben den wirklich nie die Nachbarschaft unsicher gemacht. Junge, Junge, Junge. Junge, Space Minor. Ah, ich lieb's, ich lieb's. Ich lieb's einfach. Mike, du kennst doch Thomas Lokomotive. Ja, aber die kann ich nicht da auch machen. Okay, noch ein bisschen. So Musik ein bisschen. Aber Mickey Maus noch ein bisschen besser. Alter, Thomas Lokomotive, mal guck ich auch. Und wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir sind ganz schön schlau. Junge, Junge. Haben wir wieder blau und schlau gelöst? Es ist ja unfassbar. Mensch, Minnie. Wir haben einen Trieb gekriegt. Wir haben einen Trieb gekriegt. Wir haben einen Trieb gekriegt. Ich frag mich nur, von wem? Minnie, geh mal in den Briefkasten. Guck da mal nach. Haben wir einen Brief gekriegt oder was? Junge, ich bin drauf. Ich bin drauf. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Jetzt. Komm. Bei dem Metro, als die Pfeife da gefüpfen hat und die da um die Ecke gefahren sind. Ja, ich hatte da immer so Schiss und teilweise auch krasse Albträume fanden. Hä, warum? Von was kriegst du denn Albträume, crazy knusselt? Junge, Junge. Da, ich Albträume. Die hätte ich aber auch gern. Von der Lokomotive, die um die Ecke fährt. Junge, Junge, Junge. Ich träume immer davon, wie Pluto, wie er meine Beine auffrisst. Junge, crazy knusselt. Junge, Mickey Mouse. Kinos sind egal, die lassen mich eh nicht rein. Was soll ich denn sonst machen? Ach, Space Minder. Die lassen mich höchste Mickey Mouse der Film rein. Space Minder, herzlich willkommen bei meinem Film. Ich freu mich, dich hier zu sehen. Pluto, was sagst du dazu? Was, 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 was? Nein, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Absolut, absolut da. Absolut drauf. Junge, meine Eltern reden nicht mehr. Mit mir darf ich heute ja mit mir ins Kino gehen. Ja, weil man im Kino auch nicht reden muss, Space Minder. Im Kino muss man ja auch nicht reden. Deshalb, das ist doch eigentlich so win-win-situation für alle. Weil du bist im Kino. Deine Eltern müssen nicht mit dir reden. Ihr seid alle glücklich. Junge, Junge, Junge. Dann gehen wir zusammen. Aber dann musst du auch, auf mich auch passen, wenn ich Angst habe und kuscheln. Jawoll. Weil Mickey Mouse der Film hat Angst, um zu kuscheln. Das kann auch eine Crazy knusseln. Junge, 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 Chrissy. Ho, ho, ho. Die Menschen das fürchten lernen. Junge, ich habe mich gerade so toll, diese Mickey-Ausstellung. Junge, 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 Space Minder. Und gehen sie schnummern. Tja, wirst du nicht. Da guckst du, ne? Ich bin Synchronspecher von Mickey Mouse. Ich bin Synchronspecher von Mickey Mouse. Junge, Junge. Ha, ha. Ich bin Synchronspecher von Mickey Mouse.